Mein Name ist Roberto Cucciari. Ich komme aus dem schönen Tessin. Ich bin 41 Jahre alt und ich bin Krankenpfleger. Ich liebe singen. Es ist ein Hobby von mir. Ich hoffe, ich habe etwas geübt, dass die Leute heute Abend etwas Schönes hören können und können auch Spass haben mit mir. Ich sage, ich bin kein Stimmekanone, aber ich bin manchmal Entertainment. Bald wirst du auf diese Bühne treten, als, dass wir es einfach festhalten, Elvis. Oder wer bist du? Nein, ich bin Renato Zero. Heute Roberto Zero. Ein italienischer Sänger. Ah, also Roberto Zero. Ich glaube, es ist alles für dich bereit, oder? Ist das so? Also, du kannst gehen. Toi, toi, toi. Alles Gute. Toi, toi, toi. Danke.